Das ist ein Blumenier, der Pänt. Hier ist ein Foto. Der Feliz kommt. Das Jahr haben wir unser erstes Projekt für die Organisation gemacht. Es ist mit der Kritik-Endangered Jellotel woody monkey, die nur in den Nord-East von Peru gefunden ist. Und es gibt noch mehr als 250 individuelles davon, die immer noch in der wilden Bevölkerung zu leben. Wir haben ihn sehr kurz an den Ausland zu sehen, wo das monkey noch ist und die Situation in Peru ist. Als wir gekommen sind, die höheres Höhe der Verbrechung in Peru haben, das eine höhere Höhe im Weltkrieg. Menschen verkaufen die Baben von dieser Möcke für ein paar Dollar, wenn es nicht in der ganzen Welt gibt. Wir entschieden, dass wir nicht nur die Studie machen, dass wir eine Art conservationarbeit machen würden. Het was für die eine Flamme von Steiner hat. Das ist die Dirigerung von Steiner. Die Familie hat mit Geld und entspricht den kleinen Geruch. Es war zwei Wochen ohne den Räumen zu retten. Der Monochorro-Kola-Marie ist einer der größten Schmerzen im Weltraum. In den Wissenschaften gibt es weniger als 250 Menschen in der ganzen Welt. Und es gibt noch viele Angelegenheiten. Es gibt eine Deforestation, es gibt die illegalen Tiere. Es gibt viele, die in illegalen Waffen sind, in der Amazonas. Aber im Waffen sind, die in die Gäste ist. Die Gäste ist die Lage, um die Gewöntröse mit den Bösen zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020